Wo ist die scheiß Kuhle her? Ist doch scheißegal, Alter, wo ich das her habe. Nee, ich will damit nichts mehr zu tun haben, mein Freund. Nee, ich habe damit abgeschlossen. Ich bin seit drei Jahren clean. Ein Bruder verarscht seinen Bruder nicht, Mann. Besonders dann nicht, wenn es um Geld geht. Das Geld war für meinen kranken Vater in der Türkei, Mann.